Das ist schon besser, dass wir sie nicht sehen, falls sie es gewesen wären. Ist das ein Falk, den wir wählen, oder wo? Dornen. Dornen. So, ok. Können wir überhaupt vor die Base bauen? Müssen wir gucken. Da ist normal leichtes Gewässer, oder? Oder nicht? Ah, da steht ne Base. Oder wir bauen zwischen Offen Base und Main Base. In der Offen Base sieht auch, glaub ich, viel Loot drin sein, Alter. Die laufen alle, Mann. Ich würd, ich würd, ich würd... Da hinten... Ja, oder? Können wir dazwischen bauen? Ich weiß es nicht. Da können wir dazwischen bauen. Schau, Shooting Gaming. Mit deiner Bolt. Ja, schau, ich schau. Ich würd links hier bauen. Gaming muss vor, du musst vor wegen Turret. Ja, ich komm. Sonst können wir nix machen. Who's raiding? Dieb Mittel-Türen, Alter. Könnt ihr bitte nicht steppen, sondern einfach nur hüpfen? Turret? Turret? Turret hier vorne jetzt! Komm! Turret, 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 Turret! Ja, 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 komm! Turret ist... Autorisiert. Die Munition ist drin. Mach an! Mach an! Mach an! Turret 2, Nummer 2 hier! Turret Nummer 2, Turret Nummer 2! Turret 2, 2! Ne! Ich hab autorisiert. Ich pack auch ein bisschen Ammo rein. Und das... Die Wight-Bass hier rein. Ich mach, ich baue. Ja, ich bleib hier. Ich leg mein Backstuhl und die Wight-Bass, sorry. Kannst du bitte upgraden? Junge, wer legt den denn so scheiße rein? Okay, let's go, let's go, let's go! Black, okay erstmal, ist raus. Amster, wollen wir rein? Frontier! Frontier! Frontier, okay, schießt du Rocket? Ich schieß der Klamot! Ich schieß! 3, 2! Wo sind die Türen, die Leute? Und kaputt? Ja, ich! Blackout! Shooting Floor, Shooting Floor, Shooting Floor, Shooting Floor! Boah, ich bin rounded! Na aber nicht! Full dead, er ist full dead! Ja! Ich bin tot, ich bin tot! Ich brauche Hilfe, Mann! Blackout, hallo? Ja, hier ist der Rocketstein! Nein, du musst ihn nur hinwerfen! Ich bin tot mit Rockets draußen, Mann! Ja, aber gut! Der ist tot! Hab ich ihn gehillt mit Rocket? Nice! Muss ich tun, die AK flackt da aber nur leider! Ich leg das Tür... Schmeiß rein und geh raus! Cover mein Body! Ja! Hinter der Base! Ja, einer kommt raus! Weiß nicht, ob er down ist! Kack, ohne! Da sind Leaks auch nochmal zwei... Zwei Turrets! 1,2 AP hat, oder? Die Tür ist offen, die A-Motor! Ihr müsst halt irgendwie Street Floor covern! Der kann auch rechts kommen, ne? Der kann auch noch einmal maden! Der kann auch noch einmal maden! Ey, push die da? Da hab ich ihn voll, der trinkt! Hab ihn, innen drin hab ich einen gekillt, glaub ich! Okay! Wir kommen hier feinlich nach oben, ne? Wir brauchen die Leitern! Ich hab Leitern in meinem Body! Shooting Floor! Shooting Floor! Wo? Oben! Ich weiß es nicht wo! Was wir sehen? Oder? Ne, wir sehen doch nichts! Ich schieß, glaub ich, noch meine Rocket nach oben gleich, wenn wir die wieder peeken! Ich hab Feuerrockets! Mach! Akers kommen! Akers kommen! Akers kommen und sautern! Von da wo wir kommen! Das sind Safety Dudes! Da ist übelst offen! Übertriebenst offen! Ich guck auf Shooting! Sie ist Rockets! Sie ist die WP-Rockets! Oben, oben, links! Oben, links! David, oben, links! Kopf gesehen! Bei den Türen! Hinter den Türen! Das ist ein Fenster weiter! Ich guck auf rechts auf die Akers! Ey, ich bin hier so stuck hier drin, ne? Ich muss jetzt die Shotgun-Kerbs wegrocketen, sonst... Ne, getauscht! Jetzt bin ich nicht! Ich komme! Von der Open Base aus komme ich gleich! Oben im Fenster? Ich hab'n Headshot in der Schieß! Fenster? Welches? Ja, mittig! Da, wo der eine Typ down war! Wo den einen gekehlt hast! Hinter der Open Base sitzt hier! Ah fuck! Hinter der Open Base sitzt hier! Hinter der Open Base kommt einer mit Hasmat! Ich bin naked! Ich spreng, ich bin naked! Im Wasser! Hinter der Open Base kommt! Hinter der Open Base Hasmat! Ich komme jetzt zu meinem Buddy! Ich sehe nichts im Nebel, Mann! Du kannst nicht so weit kommen, doch! Oh, oh! Hab' ihn! Ich loote mich jetzt! Ich loote mich jetzt! Ich komme naked! Ich loote mich jetzt! Kannste! Hält wieder! Hält! Hält! Glaub' der nicht! Kannst du rein! Kenny! Bist du da nackt! Der dir grad looted! Ja, das ist das eine von uns! Ich will mich looten können! Ich will mich looten können! So, ich komme jetzt hochklettern! Oder was? Hochklettern! Ja, nein! Ja! Ich hab' noch die zwei Spritzen! Was machst du? Was machst du? Nicht hoch! Ja! Nice! Ja dann! Geh, geh, geh! Mach hoch! Geh rein! Hier, Kenny! Hier! Rand Rockets! Wir brauchen halt Buildingplan und Holz, ne? L! 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 Noch einer rein! Da muss noch einer rein! Was ist der Plan? So weit nach rein springen? Ja! Was meintest du David? Du siehst du siehst. Du komm hoch! Kommt hoch! Durch die Tür sicher? Ja! Durch die! Wir sind Gaming? Ja! Ich bin oben im Shooting-Floor! Ich komme aus! Ich hab nicht... Ammo Tür! Ja! Ich hab nicht mehr so viele Rockets, ne? Schliff 9! Schliff 9! Ich hab keine Rockets mehr! Eine noch! Komm her! Komm her! Er ist dead! Ich bin oben jetzt. Wo sind die? Ich bin hier direkt drinnen. Schieß doch auf das Feld. Betten sind am Arsch. Secure die Waffen. Secure die Waffengaming. Ja, lass mich nur weg. Der Weg ist weg. Tür ist offen. Hast ihr alle meine Leiter verbraucht? Ich hab die an meinem Buddy. Ich komm nicht frei, ist das Problem. Ich glaube, es ist auch eine Garagenschirme. Kann ich reinboosten, wenn du willst, Kenny? Ja, boost mal. Ich schieße die Incentary rein. Soll ich die Incentary rein schießen oder nicht? Ich geh Waffen securen. Ich geh Waffen securen. Ich geh nach unten noch weiter. Hast du Spritzen für mich? Mach doch mal die Tür auf. Die andere auch. Danke. Ich hab Spritzen für dich. Ich komm auch rein. Boah, was ist denn jetzt für ein Code? Der Boden ist fast offen. Ich schieße den Fußboden auf. Warte, haben wir noch Kisten? Nee, warte. Oh, ich bin fast tot. Es rottet mich einer noch von euch. Keiner von uns, glaube ich. Ich bin jetzt alle im Stiefloor. Nein, Blackout ist mit mir drin. Ich hab Waffen reingebracht, ne? Ich komm mit Torch. Wir haben nur Untergrund für die Zeit. Ich will halt hier rein. Wer kommt da nackt an? Wer ist das nackt? Ich bin das Torch hier. Ich will den Hälfte looten. Ich komm hier nicht rein, Mann. Ja, Blackout muss ich grüßen oder so. Dach Luke ist kaputt nach unten hin. Wisst ihr wer das war? 31er. Der Hälfte. Ich bin drin. Kommst du hoch? Ich komm hoch, Leitern. Oh, hier sind Kisten unter uns. Ich will einen reinhüpfen. Soll ich ne Brandrocke reinschießen, Hamster? Warte, wo? Ich guck da erstmal. Relax da, relax da. Warte, warte, ich mach schon. Hier sind Kisten, aber hier ist keiner. Hier ist niemand drin. Waffen, Waffen, Waffen. Hinten nur Waffen, Mann. Zwei Oil Refineries drin. Da oben wird noch Loot sein, Alter. Wie viel hat das noch hier? 2150, ich schieß da ne Rockets hin. Vorsicht. Warte, 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 warte. Wo? Da oben links. Hier, das sind noch 2150. Ich schieß da nach. Ne, hier ist doch Loot. Hier wird auch DC drin sein, hinter denen. Ja, das geht mit kaputt, Digga. Hier, die Wand ist kaputt. Und da oben die Decke war ich kaputt. Okay, warte, wo willst du hin? Da, in die Ecke. Müsste schon kaputt sein. Warte, ich schieße Ex-Promo. Das ist nicht mehr viel Leben. Ich hab vorhin schon welche reingeballert. 31, 230, ich schieße Ex-Promo. Digga, hier oben sind auch Kisten, ne? Hier oben sind auch Kisten. Die sind raus, glaub ich. Gibt's hinten einen zweiten Eingang? Ne, hier sind übelst die Kisten offen. Hier gibt's keinen zweiten Eingang. Ich wüsste es nicht. Nein. Nein, gibt's die Hellerstelle draußen? Ich bin draußen. Es gibt keinen zweiten Eingang. Oh, ich bin jetzt hier runtergefallen, Alter. Alter, what the fuck? Hier ist eine Kiste, Stein und ein großer Ofen drin. Ich komm hier nicht raus, ne? Ja, ich weiß. Will überhaupt noch Building Blocks hier drin? Ja. Mach mal die Bank noch gut, Alter. Ich muss hier halt raus, Alter. Sofort. Geht dich dich, David? Ja. Jo, Homes. Wir hatten noch ne Leiter. Gaming, hast du ne Leiter? Ja, komm mal bitte runter. Ich wollte dich. Ja, warte. Dann bleib ich oben. So, ein Loot fällt runter. Da ist noch mehr Boxen oben. Oh fuck, da könnten wir nicht drin sitzen. Vorsicht, da könnten wir nicht drin sitzen. Das ist großer Lootraum. Ich schieß nur Rockets rein, oder? Da ist noch 3er Bench. Wir können doch hier nach oben, Alter. Wir können doch hier nach fucking oben, Alter. Wart mal entspannt. Meine Herren, Alter. Mach mal so stresstisch, ey. Der lebt noch, oder? Warte mal. Der lebt noch in der Base. Hier ist Gier drin. Kisten. Die sind leer. Oh, 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 oh. Hier sind, äh, die, Junge. Oben rechts. Übelst Haku. 2, 4, 6, 8, 10. Was? 1200 Haku. Drei Satchels. Zwei Explosives. Drei Launcher. Zwei Brand Rockets. Drei, äh, zwei Explos... Ja, ne. Haben die hier keine Rockets drin? Die müssen Rockets haben. Die haben Rockets hier irgendwo noch drin. Ist der Code, Blacky? Die haben sich nicht versteckt. Hier sind nur noch Kisten zu. Hier noch. Hier ist TC drin. Hier ist TC locker drin. Hier. Hier sind noch zwei Armut-Loot-Räume. Dahinter ist TC. Wo sind Armut-Loot-Räume? Oben. Es sind noch zwei Armut-Doors, oder? Wo wir gerade waren. Ja. Ja, bei unten auch, ne? Ja. Die werden aber oben keine Rockets lagern, Alter. Oben haben wir auch der krasse Loot hier. Oben war Haku, ja. Oben war Haku, ja. Wo wir gerade waren. Wir sind halt nach oben gemoogt. Und hier ist alles... Warte mal, lass mich mal gucken hier. Also ent... Hier muss TC drin, dahinter drin sein. Hier muss TC sein, dahinter. Ich kann's mir nicht anders aufstellen. Ich muss mein Gott zur Tür. Wie viele Rockets hast du noch, Kenny? Drei. Drei? Drei. Zwei. Ich hab... Drei. Wir können da oben noch die beiden Armut-Doors aufsplashen. Entweder oder hier unten. Also ich weiß safe, dass ihr nach oben gekommen seid. Lass... Lass... Dann lass aufsplashen hier Mitte. Aber hier oben ist Soft-Zeit-Cheat-Mettel. Ja, nach außen Honey kommt, ne? Aber hier drin ist Hard-Zeit. Ach, okay. Die Tür her, ja. So, was schießt man hier? Und? Lag, lag, lag. Ja, schieß. Nicht hochjumpen. Ja. Ich bin nicht kaputt. Von 30 und 54, okay. Mach auf. Vorsicht. Lootraum. Mach hier rechts. Irgendwo sitzt einer drinnen, oh. Irgendwo sitzt einer drinnen. Irgendwo sitzt einer drinnen, David. Hör mal auf zu looten. Component, Arkars... The Rockets? Nee, aber halt Gunpowder, ne? Geh mal weg, gilder. Ja, ja, ja. Oh mein Gott. Jesus. Jetzt ist es noch unten. Unten waren auch drei Kackern-Forder, ne? Aber unten ist noch eine Tür.